Moin, willkommen beim Trayred again, weil es doch das letzte Mal so schön war. Nee, Quatsch. Wie ihr in meinem einen Video sehen konntet, wo Odette gestreamt hat, war der Trayred ja mega chaotisch und irgendwie haben wir uns so gar nicht zurechtgefunden. Also dachte ich, nach ein paar Tagen Ausruhzeit, ich probiere es einfach nochmal mit dem Trayred. Und mir ist dann aufgefallen, dass da ja unterschiedliche Trayred tatsächlich angezeigt werden. Also auch mit unterschiedlichen Tieren, die hier gezeigt werden und unterschiedlichen Bestien und die Umgebung sieht unterschiedlich aus. Also habe ich mir überlegt, ich schneide mal alle Bestien der ganzen Trayred für euch in einem Video zusammen. Mal gucken, was dabei herauskommt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020